In diesem Video erklären wir dir, wie man ein Wort schreibt. Das ist der Käse. Käse. Die erste Silbe heißt Kä. Sie beginnt mit einem K. Kä. Der Vokal, den du hörst, ist ein Ä. Käse. Die zweite Silbe heißt S. Sie beginnt mit einem S. Der Vokal, den du hinten hörst, schreibst du als E. Toll, dass du zugehört und mitgemacht hast. Und bis zum nächsten Mal.